Kurz Unterbrechen gehabt, egal, Leute, wir werden jetzt ein bisschen Arena zocken. Ich würde noch Division 7 kommen oder kurz davor. Ich glaube mal, das geht so gut. Ich gehe, glaube ich, die Ball ist so gut. Ich gehe, glaube ich, die Ball ist so gut. Ich gehe, glaube ich, die Ball ist so gut. Ich gehe, glaube ich. Ich gehe, glaube ich, die Ball ist so gut. Ich gehe, glaube ich, die Ball ist so gut. Ich gehe, glaube ich, die Ball ist so gut. Ich habe mich davon ausgemacht, dass er geschüttet hat. Ich muss jetzt gucken, ob er noch bleibt. Was bleibt der Arena? Komm, Benjamin! Ich will das nicht nur spielen. 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 Wie hat er denn gelesen? Wie hat er denn gelesen? Ich will das nicht nur spielen! Ich habe ihn gelasert! Roy hat mich auch gelasert. Das ist jetzt eine Top-Pierre. Wieso kann man da keine fucking Wand hinbauen? Wieso? Mann, wieso, Alter? Oh, Digga, Mann, er war so lau, Mann, Alter. Er war so lau, Alter. Er war so lau, Digga. Muskelkörner. Ja, ich verstehe, was ich daran hinde. Digga, seht ihr da? Seht ihr da was? Meine Meinung sehe ich da nichts. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ich hab doch keine Mets mehr. Aber Digga, ein 22er Hit auf der Entfernung ist auch schon wieder lächerlich. Ich dachte, wenigstens soll ich das tun, dass die Mannschaft ist. Ich muss heute noch Division 7 kommen. Warte, wo sind die vielen Häuser? Warte. Warte. Ich geh glaube ich mal. Ich werde über 200 Minuten gleich mit Facecams kreieren. Wahrscheinlich, wieviel kommt denn hier noch mit hin? Das ist ja schlimmer als ein Lazy. Wer hat Marco heute? Warte. Ey, ist doch so lächerlich, Digga. Von zwei Seiten? Wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Ey, ich friss gleich nen Besen, Digga. Die von fünf Seiten, Mann, Alter. Also, Digga, ich hab keinen Druck mehr, Alter. Digga, ich hasse Arena, Digga. Ich spiel das nie wieder. Ich spiel es nicht. Digga. Digga. Was ist das? Dieses Scheiß-Turnier können die nochmal abgelenkt sein? Die Scheiß-Bros, Alter. Aber nee! Nee! Boah, Digga. Boah, Digga. Oh, Mann! Ich hab jetzt noch keinen Bock mehr, Digga. Ich hab jetzt noch keinen Bock mehr, Digga. Hab jetzt noch keinen Bock mehr, Digga. Ich hab jetzt noch keinen Bock mehr, Digga. Ich hab jetzt noch keinen Bock mehr, Digga. Neco für eine ganze Menge. Ich hab jetzt noch keinen Bock mehr! Mann, Mann, Mann! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich versuch doch nur einmal... ...neiner Season Champions League zu sein, Digga. Aber NEEE Digga sogar selbst Dinge Digga keine Ahnung Was ist dir das besser als Ich hab schon wieder den angeboten Wenn ich schon wieder seh was ich fand Boah Digga Bauch da D D D D Okay. Ich habe noch einen Nöiß. Ich habe noch einen Nöiß. Ich habe noch einen Nöiß. Drei ist hier wieder. So ein Schlitz habe ich jetzt nicht gebraucht, wie ein Pumptehler. Soll ich das, was ich gehökein, danke. Ich muss ja nicht mehr leben, Alter. Ich muss ja nicht mehr leben, Alter. Ich kann nicht mehr spielen. 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 Ich strebe gerade auf YouTube. Wie heißt du? Hans Zenker. Kannst du ein Abo da lassen? Ich habe schon. Cool. Hans Zenker oder wie? Ja, Hans Zenker. Du bist wirklich live, Digga. Eier! Bruder, ich dachte... Wie viel sind drin außer ich? Gar keiner. Soll ich mal die streamen zeigen? Mach mal deinen Status. Hey, nicht mal den Status. Was ist das? Alle Like da lassen. Seid und Blender. Ich kriege, ich kriege. Einer guckt zu. Wer wohl das sagen wird? Das ich. Ich, ich, ich. Okay, ähm... Was wollen wir zocken? Was wollen wir zocken? Was wollen wir zocken? Echt? Ich mach mal mit. Bis 1, 20 Uhr bin ich dabei. Gerne. 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 Heinz, du bist ein bisschen verzögert von mir. Ich weiß, da gucken gerade 2, 20 Minuten. Okay. Lass gerne einen Abo und einen Like da. Hey, Lennox. Hans Zenker? Ja. Nein, ich, äh, möchte mit Mathia jetzt, äh, wahrscheinlich mit Mathia, äh, mit Tamino, ähm, die 40k erreichen. Also, ich will bis 21 Uhr brauchen. Nur 40 Abonnenten. Ich hab doch erst morgen. Ja, morgen. Ja, ich mein 40 Abonnenten so, weil ich hab erst 31. 31 glaube ich. Ich kann's den Stream im Hintergrund ausmachen, sonst höre ich mich absolut doppelt. Bei dir ist noch wer drin, außer ich. Ja, ich weiß. Gern einen Abonnenten Like da. Ja. Ja. Äh, wo... Du weißt schon wer das ist? Hab nicht Tim? Ich auch nicht. Oh, ne. Ich auch nicht. Was willst du nicht? Was willst du nicht? Ne, ich will im Stream im Drinnen bleiben manchmal leiser. Okay, ähm, was wollen wir als erstes, äh, 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 so Sniper und No-Scoop-Map? Äh, äh, Sniper, Only Sniper? Also, Sniper, No-Scoop-Map. 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 Kann man Donation raushauen? Weiß ich nicht. Muss ich mir einstellen. Weil ich werde in, ein, ein, ein bis zwei Monaten, ähm, werde ich mit Facecam spielen. Wie geht's? Ja, weil, ich kaufe mir, man muss sich extra so eine Playstation-Kamera holen. Die hole ich mir dann. XD Ähm, guter, schreibt mal, ähm, Kapi-Fan, schreibt mal den Epic-Namen in die Kommentare. Du kannst gerne mit zucken. Ja, ich kann gerne mit zucken. Ihh. Oh, ne. Hä, ich seh die, hat der schon was reingeschrieben, ne, oder? Ja, doch, XD und Moin. Hä, bei mir wird nix angezeigt. Ja, das dauert. Seht, wie du weißt, ich hab den Stream mit dir geteilt, das denn auch geteilt. Jetzt gucken, 3 zu, Lul, Ehre? Äh, ich hab, äh, an zwei Leute, ähm, streamen geschickt. Leute, das gerne ein Abo und ein Like da, äh, ich müsst einfach Epic-Games-Namen rein schreiben und wir spielen mit euch. Äh, vorherige Inseln, mach mal du Sniper für so einen Snowscope-Map da. Mach mal ein Shot-Map. Ja, ja, einfach mal ein Shot-Map. Äh, Seth, bist du online? Schreib mal rein in die Kommis, äh, ich adde, ey. Kann ich adden, Digga? Kann ich ein? Habt, Like, Abo da gelassen. GamerPro. Äh, Bruder, sag mal, äh, schreib einfach den Epic in die Formen. Ist doch auch ein Real-Life-GamerPro, der heißt auch ein Real-Life-GamerPro. Äh, also ein Fortnite heißt er auch, äh, äh, ja, ich kenn den, ist ein Freund von mir. Äh, ja. Äh, ja. Da ist nur einer drinnen. Ja. Ja, egal. Ich bin aber trotzdem motiviert, äh, motiviert weiterzumachen. Äh, ja. Digga. Und wenn ich mein, ähm, Facecam hab, ja, weißt du, du kennst ja mein Zimmer. Ja, ich kenn da mein Zimmer. Ja, du kennst doch diese Ecken oben, da werd ich dann ein, bei diesen Einbiken, so in der LED-Leistung, dann komplett um diese Ränder oben. Und dann mit der Facecam, wie seht ihr das halt. Und mein Game-Stuhl. Der hat mir auch 5.000 Euro gekostet. Boah, huff. Er, er serviert an. Das hab ich anvisiert. Kappa. Ja. 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 Warte. In your face, mal wieder. Alles klar, wie spät ist das? Ah, noch. Bis 21 Uhr bist du dabei? Irgendwo. Ja. 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 Ich dachte nicht, dass du was bist. Ich hab mein, äh, Handy. Ich war heut mit Klarad rum. Ich hab mein Handy-Daten mit dem Fahrradkorb vergessen. Ah ja, neue Freundin. Ist da? Ah ja. Ich hab meinen Fahrradkorb vergessen. Ich hab's nicht nach Hause genommen, Leute. Ähm. Ich hab's absoluten Brotts, Junge. Mann! Ja, Digga. Ich hab's auch was. Was hab ich schon? Wieder auf Distanz, Alter. Wieder auf Distanz, Alter. An. Ja. Ich dachte, das klappt so, Digga. Hm? Ja, Digga. Was hab ich schon? Was hab ich denn gut gesehen? Was hab ich denn gesagt? Was hab ich denn? Ah, der da. Ich kann offen sein. BS. Was? Was? bei mir werden die nachrichten nicht angezeigt ich habe ja da hinten gekämmt ich habe mich verbessert mann ich Wie ist das? Ich, Digga, Maxify ist so... Vor allem, hast du mal dein PC bei der Roomtour gesehen? Ist ja anders krank. Oh mein Gott. Leid das wirklich? Leid das. Wormstorben drauf. Hab ich ihn weggepustet? Nee, hä? Tartiger Pool? Äh, äh, war keine Pool? Null? Welche Werte passt? Leer, willst du? 100? Waren doch. Oh mein Gott. Du hättest mir fast ge... äh, du, ich wär fast down gewesen, ne? Äh, weißt du, ich bin 180. Keine Ahnung, warum. Wie ist der Luft? Oh, da hat der Kopf nicht aufgenommen. Disconnect. Du, wie schade. Damit kannst du mich jetzt nicht treffen. Ich hab dich jetzt gekoffen, Junge. Also, ähm, Schüsse umgekehrt, weiß auch kein Lütz. Äh, ja, wie? Du sprimmst auch bis morgen früh, wenn du kein Lütz. Nein, nein, ich mach das so. Ich werde dann aufhören. Ähm, 21 Uhr werde ich aufhören. Und morgen werde ich dann weiter streamen. Hat dir wirklich fast ein Ghost-Duck gegeben? Weh, du tröst mich nicht. Weh, weh, weh. Oh, Scheiße. Oh, was? Luh. Oh, okay. Oder ich werde heute armen. Ist das so, was? Das ist so ein bisschen früchig oder so. H Więc. ich habe keine bei mir werden ich sehe die schüsse nicht ich habe in einer ich will mir das mal gucken jetzt schon so ganz wichtig los kommt mit ansage Es wird zwar ein Ghost-Sitz gegeben. Mann! An seine Möcke. Oh Digga, aber das war noch ein Headshot. Oh Digga, der war noch ein Headshot. Wollen wir morgen wieder mit spielen? Ja, ich muss eh nur eine halbe Stunde Mathe machen. Ja, ich bin fünf Minuten fertig mit Englisch. Ah, genau der. Ja, One-Shot trifft er. Komm ich mal mit Heavy-Snapping-Oscope. Schade. Der Schuss ging ja noch. Aber na gut. Springstream! Mann! Springstream! 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 Okay, das ist 7-Kills-Unterschied. Lul. Aber Digga, dieser Nose-Kop war anders geil. Stop! S tahe. Stendlich. S tahe. W-Wid-a's minute. Ok, aber das ist ungefähr der Trick牌-Trick. W-Din-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Alter, war der knapp. Ghosted? Ui, da bin ich nicht. Heia! Abschüttel Null Meter gesniped. Heia! Geht doch in real life. Papa? Oh mein Gott, Digga! Hops genommen! Dafür müsst ihr ein Like da lassen. Dafür, Digga! Oh Mann! Schade, du kriegst Gott, Digga! Ich freu mich so hart auf meinen Gaming-Stuhl und auf meine LEDs. Ich freu mich, Digga! Ich freu mich, Digga! Notscope, Digga! Digga! Alter! Wollte ich nur was vielmal machen. Warte mal kurz, Schimmer! Mal kurz sich angreifen. Ähm... Hab... Like... Abo da gelassen. So weit... ... 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 aber ich muss das halt über mehrere tage ziehen also an dem tag von dieser zeit wieder bist du hast du auch schon so ein casting games gut 1000 auf irgendeiner plattform kriegst du kriegst du die also musst du bei epic games was beantragen ich darf ja kein geld bekommen ich hab ja auch den hier bekommen den habe ich von dem turnier auf pc bekommen mann bist du kein abgeschaut ich tanze jetzt mal gucken ob ich Ich hab's mit dem Knips. Weedle bitch. Oh man. Weedle bitch. Oh man. Oh man. Jede Jede Obst genommen Bruder Es guckt ein 2 zu Lul Was geht? Leute lasst gerne ein Abonnenten da Like da Hab ich schon ein Abonnenten Ich lebe das mit dem 2 vor Der war nice Äh schreibt mal alle was euren Epic-Name in den Chat Ups Oh man Hä bei mir werden die Nachrichten angezeigt Ich nicht Nee Warte ich muss kurz gucken Kommentare anzeigen Cheat, 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 Cheat Cheat, Cheat Ach Digga, nix Ich bin kaputt gebrochen Halbdiger Okay Digga Leute schreibt alle mal euren Epic-Name in die Kommis Ich bin mir werden die äh Namen nicht angezeigt Also die äh Kommentare anlohn Ja, SayDigga Du brauchst nicht Und hier hab ich den Epic-Name Aber bist du on? Schreib mal rein, bist du on? Er soll mal ein Abo und ein Like da lassen Der Hasen Gang Hasen Hast du Season Wollen wir die gleichen äh Sachen spielen? Mit Sense Ich hab keine Sense Ich hab keine Sense Ja dann spie ich mit der Augenhack Ach Digga bist du lost Ich hab die Augenhackung nicht Bist du ich hab lost Ach Digga Hey die Sense hab ich auch nicht Ach so viel lost alter Äh hast du mein Typ? Nö Dieser Typ auch nicht Hast du ähm Schädelsichel Schädelsichel Äh Sag noch mal den Namen Komms geil Schädelsichel von äh Episch Ich hab epische Schwerter Komms geil Ja du hast die nehmen epische Schwerter Hängekleider Habe ich diesen äh Sieg von Season Siegen Siegen Hängekleider Ich guck eh da ins Team Wollen wir Arena duos oder? Äh Teams wollte ich eigentlich Also du wegen Teams oder was? Mach mal Arena rein Arena Ja Wie Punkte? Ach sogar 2000 Das ist von 50 Nein lass nicht spielen Ja ich hab 70 Bock Äh Bruder also Ähm Ja ähm Gute Äh Sage schreibt mal on äh rein Sage äh nicht on Star Sorry Ah ja okay Aber Digga er kann doch äh ein Abo und ein Like da lassen Achso dann hab ich das rein Äh Ghost Fenster lad ich mal ein Ey ähm Ghost Fenster kommt vielleicht rein Digga das ist ein geiler Junge Ghost Fenster hat äh 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 Der ähm Kann mit uns custom machen vielleicht Warte beende mal Stream und schreibt mal oben hin ähm 40 Abo Special für Skin Contest Oder Digga der muss doch erstmal beiträgen dann kann ich mich Oder Digga der muss doch erstmal beiträgen dann kann ich mich Wenn ihr nicht beiträgt Schreibt mal hin Skin Contest live ähm 40 Abo Special Ähm 40 Abo Special Ich hab ja noch keine 40 Ich hab ja noch keine 40 Digga Ah ja Was willst du dann schreiben? Äh ich hab hier 40 Abos danach Ich hab aus meiner Community halb 4 den Creator Code haben Kann man auch mit mir gerne die Kommen in die Gruppe Und was sagt die Gruppe? Schimmer Hab ich schreib und Der hat abonniert bitte Ich komm in die Gruppe Warte wollen wir irgendwo beim Skin Contest mitmachen oder sowas? Ich hab keinen Bock auf Skin Contest Ich hab das mal gefeiert aber nicht mehr Mh mh wie soll wie du hast Normal 5 4 4 4 4 4 5 Abos 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 Jetzt komm so Hans Senka?? Man muss sich doch da reingehen Ja Das ist ne Schauer Das ist ne Zufahr das kann man es jetzt und es gibt die die Arbeit für die Haare die Städte immer noch ein Status wird der Leicht für diese Haare die Schuhe von dem Hasen es gibt nicht so süß keine Ahnung aber ich finde es kacke dass es so eine äh äh böse Version von dem Hasen gibt ey stream ist so hart verzögert ne ich weiß ist auch Utica kein Streamsniper Bruder Streamsniper ist nicht wo ich landeig ich hab noch nie im Streamsniper eine Zeit 44 du filmst schon seit einer dreiviertel Stunde? ja ich wär bei dir nicht reingekommen hätte Lennox mich nicht gekickt das ist halt so ne ich guck dein Stream hier noch neben mir dass ich auch weiß wo du bist und alles mhm alles gut jetzt warte ich I'm in Germany Germany aber denk ich freu mich auch richtig wenn meine Season 3 Welt ging wenn ich das schon wieder sehe ich hab auch die Season 2 Skills manche behaupten dass man als Weekend Expert keine Iconic-Tanz machen kann ähm Digga ich freu mich hätt sogar hart auf meine Gaming Stuhren meiner LEDs LEDs? ja ich ähm ich mach oben an den Decken und diesen ähm diesem Rand und mach ich voller LEDs kannst du aber bitte ähm deine Mapion wegmachen das wird sein ähm und ich freu mich Erik 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 du guck auf privat gell die müsste ich eigentlich haben ja die ist privat ja die ist privat oh ah ja aber ich mein'n Dings hier ähm ähm oder Kontrollerspakt mein Kontrollerspakt mein Kontrollerspakt richtig oh Digga guck dir an wie tief ich bin ich schaff's mit und ey vor allen Dingen dann auf meine Facecam wenn ich die mir hole Digga direkt erst das Stream in Facecam ich weiß nicht ob ich noch weil ich spiel jetzt über Fernseher ich weiß nicht wo ich die Facecam dran machen soll ich spiel auch so zu sagen ich hab nuscht im d falan die ist ein Ben ich geh auch mit Laufis oben hoch ach Ben erst mal ablachen ja wenn ja ja was du denkst hinten ist was auch hier kann sich das ist noch mal zu besnipen? Ja. Die hast du aber jetzt hier geblieben. Die Rasine, die Hand. Warte auf, hinter uns. Da sind irgendwo noch welche. Beim Kellerhaus. Na, beim Kellerhaus. So ein. Ich hab eigentlich nicht gespielt. Ach, jeder wusste auch. Der war noch so ein Ben, der war voll süß. Oh, der, der, der musste dran glauben. Agent Banane! Du bist du von Bananen. Der hat einen Spaß, Digga. Ey, komm, ich bin jetzt. Was, der gibt's nur One Pump? Du musst nicht fehlen. Der ist so One Shot. Der hat einen HP. Der hat einen HP. Der hat zwei HP. Aber das hat mir wirklich Spaß. Das hat mir wirklich Spaß. Boah, ein bisschen Schild. Digga, du hast Sniper Spaß. Du hast Sniper Spaß. Du hast Sniper nur Spaß. Kann ich wenig dich Spaß haben, Digga? Bitte. Du kriegst bei einer wieder Pump. Kannst du die aufrufen? Kannst du die aufrufen? Gib dir mal ein ganzes Metz. Warte, ich hab noch Medi. Die hatte noch Minis. Warte? Warte, gib mal hier die... Dann gib mal, äh, die Blue Pump. Dann gib auch erstmal Pump Moon. Ja, hab ich die gedroppt, Hälfte. Komm her. Komm her. Ich hab nicht Spaß. Ja, ich hab nicht mehr gebraucht. Alles gut, ich fahr. Ich fahr'n für dich mit. Du musst nicht ein bisschen AR und Sniper Mund? Sniper Mund kannst du auch. Nein, hab ich nicht Spaß. Ähm. Ich hab'n paar, äh, ein bisschen, äh, Metall für dich. Kannst du Holz fahr'n? Ja, äh, ich will es denn steigen. Warte, ich kann hier noch gucken, wie viel mir noch fehlen, um mir Spaß zu machen. Also Holz hab' ich noch. Du brauchst 200. Nee, du brauchst 150. Ja. Von jedem 150. Ähm. Ja, okay. Dann können wir noch ein bisschen Metall finden. Äh, Metall habe ich noch genug. Hab' ich noch über 100. So, ich hab'n Metall 150. Jetzt wird nur noch Stein. Weil ich, du kriegst... Stein? Ach so, gehen. Wie viel hast du? Und jetzt? Wie noch? Ich hab'n getrennt. Ich hab'n gehoord. Oh, ich hab'n gehoord. Ich hab'n gehoord. ich auch ich bin in zwei Tagen hier auch nicht warte ich tüte die ich brauche nicht selber glöden ich hätte gesagt dass ich nur Spaß mit der Tüte also du hast es ein bisschen spiel oh Digga ne Spaß, es schmeckt anders oh Edna oder Wielander? oh no Wielander äh einen Peeboom brauche ich nur Digga, hier um eine Hälfte dafür kommen wir jetzt noch halbe Flazen abgefahren in den Metz das war ein OG das war jetzt ein Zweistel das war diese Rütterin da die Rütterin es gab ja eine männliche Rütterin diese weiß das war eine weibliche davon ich fahr mir noch die ganzen Zäune ab wir sind eh zurück also Junge Muskelkater einfach einen fetten Snipen dämpfen, Alter. Das war bestimmt der Maid. Ich soll hier in Ruhe meine Welt planen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Yo. Ich kann mal runter die Tür, ja. Ja. Boah, die haben Kratzgewehr. Ich dachte, das ist so gut. Ah, Tür ist doch nicht so gut. Du pickst, aber das hat dir nicht so gut. Äh, hier liegen. Maybe. Aber wir müssen aufpassen, dass der Typ nicht mehr ist. Ich treffe unseren Heli. Ich treffe unseren Heli. Ich treffe unseren Heli. Absolut los. Oh, na auch. Ja, ich gönn die, ich hab AK. Alles gut. Äh, Gekko. Naja. Ich nehm mal Ben, du bist nicht. Ja, flieg du mit Heli, äh, zur Abdenkung. Warte. Aber hier ist ein Loop. Warte, ich kann, ich kann nicht. Warte, ich snipe den. Ich nehm mal schlecht der Gegner, Jungen. Du bist leid mit, äh, ab und. Na gut. Ah ja, war voll sogar mit Spaß. Ey, mit Spaß einmal schießen und dann mit, äh, ähm, Dingens mit hinterher. Wie heißt das? mit auch hinterher vor allem das waren ja nicht mehr ich will weil wir auch er war nicht was ich mit den gegnern vollkrieg schluss hat war und das ist ein fast 100 Ja, ich krieg auf der Distanzen. Einförtiger Headshot her, mate. Mach auf, ne. Komm mal. Platzier mal Jumpy. Boah, weinst du, ist so unnötig. Warte, ich höre dich ab, ich höre dich ab, ich höre dich ab. Okay, ich höre dich ab, ich höre dich ab. Ja, ich muss pass auf die Wasserfläche. So. Okay, die sind gleich auf die Suite gefühlt. Das Bett. Ich muss so nahe. Ja, geh mal runter, lande mal. Lande. Das ist ohne Heli machen. Und wirklich, es waren ja nicht mal schlechte Gegner. Ich dachte, es wäre ein Jumpy-Dick. Ich dachte, es wäre ein Jumpy-Dick. Und so. Auffassen, dass du den... Alter, was hat der mit dem Maus gemacht, dem? 12 Gegnern? Ich guck mal das Haus an. Digga, der... Ab... 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 Digga, Abreisdienst. Apo-AD? Komm mal her. Warte, bleib mal stehen, wo du bist. Ja, ha, ha, he, ha. Hast du noch, äh, Snipermon? Ich hab dir vorhin alle meine gedroppt. Äh, 24 AR-Mon? F-75. Äh, was? Mp? Ähm, 252. Okay, ich hab nur noch... Äh, 8, 93. Jetzt lass jetzt noch so, ob der... Ich hätte... Der auch so. Ich hab sogar... 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 Hier hochzuspringen. Okay, das ist... Dein Blut. What the f... Da. Ja, ich sag's. Junge, das sind absolute Bots. Wollen wir pushen mit Jumppad? Oh, da hast du... Die müssen eh zu, ne? Ja, die müssen eh zu uns kommen. Wir dürfen halt nicht pieken. Pieken, piek, 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 piek. Was ist denn mal drauf? Oh, der war absolut close. Headshot, Snipe! Komm! Komm! Hin, 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 push! Ich baue hoch. Ich baue hoch. Oh, Digger. Sport. Komm. Komm. Okay, push. Platz hier, Platz hier, Platz hier. Platz hier. Der wird mir jetzt zählen, dass ich heiße Doppelpuff ohne... Lass den hier hin, lass den hier hin! Das sind ja absurde Schwitzer, Junge! Kann ein Schild mehr? Ich hab den Heavy Cypher für dich. Okay. Okay. Also hier oben liegt einer. Ich hab den Kopf genommen, Junge. Oh, ein RP, den nehm ich mit. Ja, da oben liegt er. Warte, ich nehm auch ein RP mit. Was war der denn so? Soll ich da wie Heavy Striper? Ich spiel da wie Heavy, ne? Okay. Nehm ich die... Soll ich die Flosse mitnehmen? Ja, der Scheiße. Ich hab mir das schon mit. Und die zwei am Garofen erst. Hast du Lockettmann? Ähm... Ja, 12. Warte, kommst du her mit Jumpy? Ah, Jumpy. Ich hab eh ne Flosse zu mir. Achso, okay. Ähm, da ist ein Kick. 2 ja es war 2 ich hab einen knock ich snipe die anderen ob ich da bin happy white 3 für gegner ok war ich in die minis warte ich nicht in die minis ich hab sehr ach so warte mach mal deine markierung weg äh ja gibt auch Snipermon und ich geb die wieviel Rocket hast du? äh sieben meist fünf ok noch welche naja lass du droppen hier sind hier ist noch einer warte schimmer ich weiß wo der kämpft weiter hier tschüss ich wusste ganz genau das wir unter der ich nehme ihm mal eine rocket mit ich kann ja zwei gegner noch einmal tipps hat das woche zwei tipps hat wenn einer lebt okay wenn du noch ein bisschen was machen mit dem aber er ist ja ja ich krieg absoluten fall der mensch warte ich schieße drauf und gib mir nichts machen bitte bitte das ist ja nur einer ich muss nicht prüfen erinnerung muss die irgendwo sein schießt man hier so ein noob digga so ein noob pass auf und du kannst mich überweisen du kannst mich überweisen kommt weil er das auf das auch jetzt war sie durch die einfach ich weiß nicht okay du musst den aber wohl aber so lächerlich mit seiner mini-garn ich sag dazu lieber nicht ich finde es so lächerlich mit dem mini-garn die die sollen nicht so hochsetzen digga die griechung die griechung dann wieder einen koks anfangen für eure mutter ob ich noch länger spielen darf eine halbe stunde die 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 Da ist das Fenster. So, machst du bereit? Ich hab mich verbessert und so. Vielleicht wieder Helge Sniper bei Pleasant? Ja, und wir müssen erstmal gucken, wo Pleasant ist. Ähm, wo ist Matthias überhaupt heute? Weiß ich nicht, der ist irgendwo mitten unserer Mama. Irgendwo. Hi! Hi! Christoph? Ja? Christoph, ähm, ähm, Tamino streamt gerade auf YouTube. Kannst du auch gern mein Abo und Like da lassen? Weil ich versuche... Hans Senker? Hans Senker heißt er. Nicht zusammengeschrieben. Ey, wenn ich Drift schon wieder sehe, ich krieg nen Anfall. Ey, ich hab das Auslachen, das Auslachen. Ich hab den... Warte, wir können den... Ich find aber Drift voll geil. Den Skinder nicht. Nein. Nein, hauf, hauf. Christoph, bist du noch da? Ja. Ähm, hast du... Hast du ihn? Ah ja, Christoph ist bei dir. Äh, lass gern Abo und Like da. Gerne. Christoph, guckst du grad zu? Ähm... Kann ich so gucken. Da steht nur, äh, bei Chris. Ich mein mein Stream. Hm. Hast du Like und Abo da gelassen? Hm. Okay. Ja, 32 Abos. Bruder, noch 8 Abos, dann... Guck mir mal zu. Wir haben grad ne richtig krasse... Fast 20 Bom gemacht zusammen. Ich hatte 11 Kills. Lul. 11? Ich hab... Ich hab mal in nem Clip gehabt, den ich auf YouTube hochgeladen hab. 22 Kills. Der Tag sollst du dir wieder denken. Meisterteil war da... Das war ein Duo gegen Duo. So. Ja, warum macht der... Warum macht der... Also der Tag... Der Tag. Der Tag kommt zu kurz rum. Hm. Ich hab noch Stimme bauen. Sie pippt mal, meinst du auf... Das ist ein Aim-Bot. Jäger. Ich hab 1 AP mehr als du. Ne, weniger. Oh ne Bandage-Basuka. Das genau. Das ist gar nicht richtig, was ich jetzt brauch. Hä? Warum hast du einfach mal einen? Ja, hab ich gejobbt. Ich hab zwei Big Musse. Ja, warte. Lass mal einen rüberwatzen. Ich hab... Achso. Ja. Ja. Wollt man auch einmal vor? Was ist denn? Bist du doch? Achso, warte. Ich muss kurz warten. Ich muss kurz warten. Ich hab mich nicht. Krassiger, warum liegt hier der Bolt noch? Hey, hättest du dich mal nicht bewegt, dann mal noch. Kann ich ein-Mini? Kann ich ein-Mini? Kann ich ein-Mini? Ich hab mich selber. Ich hab ihn hier auf. Ich bin Bandage-Basuka mit, ne? Hier kannst du, ähm, nicht. Ah ja, 134 Level. Ey, warte. Ich muss in der Pamp finden. Hinten war ein Gegner. So. Achso. Nein, die Tür war auf. Die Tür war auf. Komm, Digger. Ich brauch doch ein-Mini. Ich brauch da noch eines gar. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich suche ihn auf Pump ein. Jetzt ist mir nicht so genau. Tony hat mich eingeladen. Hä, welcher Ton? Der Evil-Pony. Er ist jetzt anders. Wer ist das? Ich hab ein-Mini für dich. Ähm, ist das, äh, Tony aus unserer, äh, hat eine Schule gewesen? Also, klasse? Der, ne. Ach so. Der vorne bei mir im Hause ist der. Kann ich den vielleicht haben? Weil... Der, ne, pie. Oh, der, ich hab' ja. Oh, der, ich hab' ja. Ich hab' mich so oft gestorben. Geh. Alles gut. Ich... Der Maid ist hier vorne. Der Maid gehört aber mir. Okay. Naja. Wer ist der zu? Wo ist Kellerhaus? Kellerhaus? Ach ja, moin. Das ist der Blut. Oh mein Gott, hab ich den ge... Da ist er ne Piste, bitte. Der Lieder ne Piste. Willst du mich verarschen? Ja. Ja, ja, mon, hast du? Warte, ähm, 98. Ah, ich kann ja in dein Stream gucken. Da hast du über 100. Ah ja. Ja, zum Nachladen. Ich dachte... Ich hab' jetzt... Ich hab' jetzt... 200... 1... Mh, das war'n scheiße. Ne, Digga. Boah, lass' ihn aussenzen! Ich guck dir die zu! Der war... Der hat direkt gequittet. Hört' man mich ins Team ja, ne? Wow! Er muss so... wie die Cocktail... ... die Cocktail... ... die Cocktail... ... die Cocktail-Filler... ... da bleibt... ... was bringt dir das noch nicht... ... Fenstershaken hinzu! das sind wir da oben raus oh mein gott war das knapp schimmer ich hab nicht mal eine pampfer ich renne die ganze zeit mit dem elter das ist mein ich habe ja in eine gute waffe und das meine die wacke kann ich mitnehmen kann ich auch mitnehmen gib mal gib mal man wir können walk it right machen komm das war schuss habe ich nicht wollen wir machen hier vorne kommt ja auch vor für mich die immer finischen der wand für der andere one shot immer die habe ich selber auf ihre mit ja aber warte hier kommt noch mal welche würde jetzt mein karte anska schimmer ja gucke das meine ich sehe überhaupt meine kommen meine kommentare nicht aber ich habe ein leid und abo da gelassen und die festen 2 32 abos einer guckt noch zuhause wie viele abos habe ich wie viele abos habe ich warte ist wenn man kurz meinen namen ja es geht ja es geht 8 abos noch wie spät Das ist in Ordnung. 45. Mach reaktiv rein. Wollen wir gehen? Ja, ok. Mein längster Stream ging in 2 Stunden. Ist jetzt? Ja. Du hast schon 1 Stunde 17. Ich guck mal deine Streams an. Wie heißt du auf? Hans Senker, ne? Hans Senker, Hans-Diophuk. Ich seh dich nicht hier. Anal. Ah ja. Auch für jeden eine Post. Das ist ja kein Spiel. Nein. Mach der. Ich mach' einen Web rein. Den kannst du aber morgen Mathe schreiben. So viel kurz. Danke. Also wartet mal kurz hier. Ich muss mal kurz was überbauen. Die Sachen, die wir nicht werden. Jo Leute, das war's mit dem Stream. Haut rein, bis dann. Jhun. Wie ist die Smithsonian? �